Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Suppenrezept für euch und zwar für eine Rosenkohlsuppe. Wir benötigen dafür 500 Gramm Rosenkohl, eine große normale weiße Zwiebel, zum Würzen Salz und Pfeffer, 500 Milliliter Gemüsebrühe, 2 Esslöffel Olivenöl und optional 2 Esslöffel Creme Fraiche. So, ich habe die eine Zwiebel geschält und halbiert, denn die eine Hälfte benötigen wir für den Topf und die andere Hälfte legen wir beiseite, beziehungsweise wir würfeln. Beide Seiten werden gewürfelt, aber die eine verwenden wir für den Topf, für die Suppe und die andere kommt angebraten in die Pfanne hinein. Bei dem Rosenkohl, ich zeige euch das jetzt anhand einem, machen wir die äußeren Blätter ab. Einfach die äußeren paar Blätter abreißen, die kommen weg. So, und dann werden wir den Rosenkohl halbieren. Und das machen wir jetzt mit jedem Einzelnen. Also wie gesagt, die äußeren 3-4 Blätter weg machen. Wenn es noch ein bisschen dreckig ist, könnt ihr das auch noch waschen. Und genau, und halbieren. So, ich habe nun ein Esslöffel Öl in meinen großen Topf gegeben und ein Esslöffel Öl in die Pfanne. Gemüsebrühe, 500 Milliliter habe ich auch schon gekocht und beiseite gestellt. Jetzt gebe ich die eine halbe Zwiebel in die Pfanne zum Andünsten und die andere Hälfte in den Topf. Und von dem Rosenkohl gebe ich zwei Drittel in den Topf. Und ein Drittel in die Pfanne. Das Ganze bütze ich jetzt, sowohl in der Pfanne mit Salz und Pfeffer, als auch im Topf. Das wird jetzt alles angedünstet. Wenn die Zwiebel und der Kohl in der Pfanne angedünstet sind, dann stellt ihr das beiseite. Das kann ruhig abkühlen. Hauptsache, das ist schön durchgebraten. Und hier im Topf giechen wir das Ganze jetzt. Wenn das Ganze jetzt 15 Minuten im Topf angedünstet ist, werden wir die Suppe pürieren. Und dann die angebratenen Zwiebel und den angebratenen Kohl noch dazugeben und mit Creme Fraiche verfeinern. Das ist optional. So, die 15 Minuten sind nun rum für den Topf. Das Ganze werde ich jetzt mit dem Pürierstab komplett pürieren. Und danach werde ich zwei Esslöffel Creme Fraiche unterheben. Einfach mit dem Löffel verrühren, ohne das Ganze nochmal aufzukochen. Creme Fraiche könnt ihr aber auch weglassen, wenn ihr das nicht mögt. Das ist kein Muss, das ist optional für den Geschmack. Und am Ende gebe ich das dann in die Schüsseln und gebe dann noch zur Verzehrung quasi die gebratenen Rosenkohlhälften und die gebratene Zwiebel obendrauf als Topping. Das ist ein Muss, das ist ein Muss.